Sieht also nicht gut aus hier. Ein weiteres Terminal, das vielleicht Zugriff auf erweiterte Systemfunktionen gewährt hätte, wäre es nicht komplett stillgelegt worden. Ruchquartier Security Logs. An Bord der Groom Lake wird Alkoholhergestellten verbreitet. Die Security hat sich dafür entschieden, nicht einzugreifen, weil der positive Effekt auf die Moral wahrscheinlich Diebstähle und potenzielle Aufstände in Verbindung mit den eingeschränkten Rationen verhindern wird. Allerdings wird die Security regelmäßig gewisse Mengen des Alkohols konfiszieren, um die verfügbare Menge zu regulieren. Die Rationen sind eingetroffen und verteilt worden. Nur sehr wenige Fälle von Diebstahlverdacht oder tatsächlichem Diebstahl. Dies ist trüßt wahrscheinlich auf die verbesserte Moral aufgrund der Verteilung von Alkohol zurückzuführen. Das Exemplar Samantha ist eingetroffen für den Transport zu Labor 18. Dieses Exemplar aus den Klonbecken befindet sich in einer eisernen Lunge. Der Transport muss schnell arrangiert werden. Das Exemplar kratzt an der Innenseite des Aufbewahrungsbehinders. Samantha wird uns noch verfolgen. Die Groom Lake wurde von Beben erschüttert. Es gibt Berichte über Stromausfälle und schwere Verletzungen. Es ist zu einem Lockdown gekommen. Vier Crewmitglieder wurden während eines Reparaturversuchs einer Bahnstation vermissgemeldet. Zur Vermeidung weiterer Verluste oder Verletzungen wurde der Korridor versiegelt und mit hochexplosivem Gas geflucht. Na toll. Ich muss etwas herausfinden. Wir müssen wahrscheinlich so tun, als ob wir eine Person sind. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Wir haben eine andere Tour. Als wir wissen, wo Becker ist, wie kann ich zu ihr kommen? Es gibt noch eine Tram durch die Crewquartier. Als wir wissen, wo du gehst, wechseln wir von dort. Mehr Trams! Gott verbiere uns! Alter, hab ich mich erschrocken! Ich wünsche, ich könnte was machen. Oh, hier ist viel zu lesen. Mir gehen diese ewigen Kratzer und Bollen näher was auf den Zeiger. Ich habe meinen Abschluss schließlich nicht gemacht, um Idioten zusammenzuflicken, die sich mit einem Kuli gepieks haben. Ich will spannende Experimente machen. Ist das zu viel verlangt? Ich will ja kein verrückter Wissenschaftler sein und Leuten neue Arme annähen oder so. Aber menschlichen Spinnen wären schon cool. Es ist ein Wunder. Irgendwie hat die Security mir einen Behälter von einem der Klonbecken gegeben. Da steht Samantha drauf. So wie sie es verstanden haben, soll es ins Labor achten, oder? Naja, kein Grund, warum ich es nicht eine Weile beobachten sollte, oder? Ich werde meine treue Assistentin Miriam bitten, sich ein paar gute Ausreden für mich auszudenken. Diese Kreatur ist fantastisch. Die beigefügten Hinweise sind nicht sehr vielsagend, aber ich bin ziemlich sicher, dass dieses Mädchen noch keine voll ausgebildete Wirbelsäule hatte, als sie sie eingetütet haben. Da steht, sie wäre bloß ein Schwanz. Sie hatte auch noch ein paar andere Knochen, aber ich hatte schließlich nicht Monsteranatomie als Hauptfach. Äh, zu schade aber auch. Diese Scheiße kann man sich echt nicht ausdenken. Diesen kleinen Pisser sind Augen gewachsen. Wörtlich. Die hatte sie beim letzten Mal noch nicht. Klar sind sie nur rudimentär, aber sie sind ja gerade erst gewachsen und sie haben mich verfolgt. Jetzt werde ich den Ruhm für Samantha ganz allein einheimsen. Ich meine, die können ja nicht beweisen, dass da mehr als ein paar Stammzellen in den Behälter waren, als sie ihn zuletzt gesehen haben, oder? Ab jetzt gehört Samantha mir. Ich kann es gar nicht erwarten, zu sehen, wie es aussieht wird. Labor 18 wird allerdings eindeutig argwünsch und ungeduldig. Mir gehen langsam die Ausreden aus, warum ich Samantha noch nicht transferiert habe. Miriam muss sie noch ein bisschen hinhalten. Ich habe ihren PDA gelesen. Er weiß nicht, dass sie mich verpfeifen will. Sie will meinen Job. Glücklicherweise habe ich ein Video davon, wie sie mit dem Typen aus dem Labor vögelt. Mit jedem einzelnen. Wie sie mit den... ach, den Typen. Das ist meine Jobgarantie. Jetzt ist es eine ernste Geschichte. Die Beben haben mich über den Tresen geschleudert und ich habe mir einen Muskel im Knie gezerrt. Das wird ein elend langer Lockdown. Leute verbinden ohne Zugang zum Spitalflügel. Samantha ist nicht mehr mein Problem. Soll doch ein anderer Depp die Verantwortung dafür übernehmen. Ich habe schrille Schreie aus dem Entertainment-Bereich gehört. Bei meiner ersten und bisher letzten Operation ist die Patientin aufgewacht und hat sich die Seele aus dem Leib geschrien. Irgendwas am Anblick der eigenen Rippen ohne Haut drüber macht die Leute echt fertig. Ach, auf jeden Fall klang die Schreie genauso. Nur noch krasser. Es sind die Schreie von Sterbenden. Ich habe die Notschleuse geschlossen. Keine Sprache von Miriam. Da ist die Eis an der Lunge. Die Röhrenförmig die Überdruckkammer ist zugeschweißt und fungiert als Grab für was auch immer sich darin befindet. Ich denke das ist es. Okay, das ist nicht das Problem, weil wir haben glaube ich nur eine Spritze. Die könnte ich mir ja... Samentas. Super Tochter. Da ist was gelaufen. Ich will dich ja... Nein. Nein. Überhaupt nicht. Ich will dich an die Glasscheibe anfassen. Ich bin sicher. Aber. Ich bin sicher. Aber. 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 Und jetzt. Dich. NICHT. I only picked up a flash in the scanner. A crew member. I wasn't a crew member. I wasn't even a person. I was... I was an animal. The upload finished. I'm going to start the scan now. Tia, what's going on here? I've heard things, but I don't know any specifics. You have to believe me. Maybe it's one of those fucking things that ate Yuri. I crowed plants. I don't care for man's pets. Just... just let me know when the scan's finished. Secondary containment is now accessible. Head through to the other tram station. Warning. Serotonin levels are abnormal. Fitness Hall. Pauselöser flackernder Lichter. Wird nicht ganz zum Sicherheitsgefühl in diesem Fahrstuhl bei. Don, wait. There's a highly corrosive gas on the other side of that door. Shit, I've already cycled the lock. John! Atmosphere komplett Mars. Death is in. Bless. Breathe. Ups. Warning. Serotonin levels are abnormal. Ohne die Pflege durch Systeme oder Mitarbeiter ist dieser einst stolze Baum verwelkt und ausgedörrt. Das war ja eh was gerade. Tote Pflanzen haben wir hier hinten noch, okay. Das Quartett am Monitoren startet ich mit ausdruckslosem Blick an. Hier ist zu, das heißt wir gehen erstmal hier hin. Hier ist zappenduster. Hier ist die Tür. Alter. Von irgendwoher unter den Gitterboden steckt ununterbrochen Dampf auf. aber das ist harmloser als das Gas in diesem Raum. Das ist doch ein aufgerisseter Boden, da können wir hin. Das ungewaschene Bettzeug riecht aus Schweiß und Schimmel, lecker. Feldbett wurde von der Wand weggerissen, entweder durch die Schäden im Fußboden oder durch die schiere Kraft des Wurzelwachstums. An den dicksten Stellen des verwobenen Gewächses bilden knollenförmige Knoten eine Form, die auf gespenstige Weise einem menschlichen Körper ähnelt. Wenn du zuhörst, kannst du das Krächzen eines schweren Atems hören, du bitte nicht. Und wieder ein langer Tag in der Hydrokultur. Ich habe heute Karotten gepflanzt. Dieser Ort ist echt zum Kotzen, aber ich nehme an, je länger ich für die Cane Corp arbeite, desto schneller kann ich diesen nutzlosen Unterwissen in meinem Unterleib austauschen. Erster Mai, Harry ist ein Beschützertyp, aber keiner von der süßen Sorte. Ich fühle mich ein bisschen unbehaglich. Ich sehe eine Versuche, meine Ehre zu beschützen, seine Worte. Jedes Mal, wenn mir Grant auch nur einen Blick zuwirft, kommen mir beunruhigend bekannt vor. So war mein Ex-Mann auch. Ich bin ganz und gar nicht bereit, mich schon wieder so eine Scheiße anzutun. Für die Hälfte vom Schiff geht der Lockdown und das schon seit zwei langen Wochen. Offenbar sind heute zwei neue Wissenschaftler an Bord gekommen. Vielleicht können sie das Problem lösen, aber was weiß ich schon. Ich verdiene mein Geld damit, Gemüse zur Fortfüllung zu bewegen. 20. Juni. Ich muss gestehen, Harrys Gestorke kann manchmal echt gut sein. Er züchtet Kräuter für mich, damit ich Tee kochen kann. Bei diesem ganzen neuen Security-Bullshit würde ich mich nicht trauen, Firmenressourcen privat zu nutzen. Ich habe so getan, als hätte ich eine kleine Schwäche für Grant, habe ich, äh, aber nicht. Aber so bleibt Harry bei der Stange. Harry hat sich entschieden, noch eine Runde länger auf der Groomleck zu bleiben. Er war berechtigt, das Schiff mit dem Schichtwechsel zu verlassen, aber hat sich entschlossen zu bleiben. Tja, schön doof, würde ich mal sagen. Äh, meine Güte, ich frage mich, warum er das macht. Er ist ein erwachsener Mann, verdammt nochmal, aber er fühlt sich auf wie ein liebeskranker Teenager und er muss verdammt nochmal aufhören, mich Belle zu nennen. Ich heiße Isabella, wie die Königin von Spanien. 0, 1, 2, 3, 5, 8. Hat das irgendwas zu bedeuten? Na komm, schreib da noch. Du Stift, schreib doch jetzt. 0, 1, 2, 3, 5, 8. Oder sind die Lottozahlen? Immer wieder kommen mir Gerüchte zu Ohren, über einen Pilz, der sich überall auf der Groomleck ausbreiten soll. Ich will doch sehr hoffen, dass das Zeug nicht hierher in der Hydro-Kultur kommt. Ich wäre untröstlich, wenn mein kostbarer Sellerie etwas zustoßen würde. Äh, das war wohl nix. Heute kam ich in der Hydro und alles war von diesem Berg von dem Pilz überzogen. Harry hatte tatsächlich eine ganz gute Idee. Was, wenn wir diesen Pilz mit einer Art genetisch verbesserten Superchampion bekämpfen? Und nein, Pilze zu Kreuz hat die Lage nicht verbessert. Hoffentlich kommen die Notrationen bald an. Es sei denn, die Leute wollen diese Angerlinge aus der Hölle essen. Diese Scheiße wird doch gefährlich. Es hat Menschen angefressen. Menschen sind sogar tot. Ich habe schon einen Lockdown erlebt, aber da war keine Massenpanik wie das hier. Ist das bald vorbei? Oder überhaupt irgendwann? Harry hat mir geraten, im Schlafblock zu bleiben, weil es draußen gefährlich sein könnte. Mann, echt. Ich habe 28 Jahre lang ohne Harrys Hilfe auf mich aufgepasst. Ich komme schon klar. Ich werde in den letzten Tagen meines Lebens nicht damit verbringen, das hilflose Weibchen zu spielen und ich werde mich nicht an Harry klammern. Und wenn er der letzte Mensch sein sollte, den meine berechnenden Augen erblicken wären, der braucht sich keine Hoffnung machen. Tja, ich glaube, du solltest... Hättest auf Harry hören sollen. Ungeachtet dessen, dass er gestalkt hat, ist eine andere Geschichte. Schlimm genug. Alter! Warum ist hier so viel Text? Heute habe ich es nicht einmal geschafft, mich aus dem Bett zu quälen. Es hat aber niemand irgendwelche Fragen gestellt. Das läuft also. Manchmal, wenn ich aufwache, warte ich so lange es geht, bis ich das erste Wort spreche. Dieses Wort dient dann als Prognose, wie beschissen der Tag werden wird. Natürlich hat Isabella mich geweckt und gefragt, ob ich lieber mit Grant oder Harry vögeln würde. Ich dachte, sie wäre so eine Art Feministin, die keinen Mann braucht. Heuchlerin. Um diese Frage zu beantworten, müsste ich erstmal ein bisschen Recherche betreiben. Harry reicht dafür schon. Ich schätze, ich bin verpflichtet, über den Lockdown des Schiffs zu berichten, weil es ja schließlich lebensbedrohlich ist oder so. Ich weiß nicht mal, warum wir diese PDAs mit uns rumtragen. Ich werde diese Müll doch sowieso nie wieder lesen. Die Fördermittel für die Groom Lake wurden zum 300% erhöht und ich habe das Gefühl, wir treiben noch mehr fragwürdige Scheiße damit. Willkommen an Bord der Groom Lake, wo du für das Universum nicht existierst und für den Vorstand nicht existierst, wo nichts wirklich existiert. Die Menschheit wird austicken, wenn die das irgendwann mal kapieren. Grant ist also schwul. Ich wusste doch, ich habe gesehen, wie er Harry abgescheckt hat. Ich schweige wie ein Grab. Das wird ein langer, qualvoller Tod, wenn wir nicht bald diese Rationen bekommen. Vielleicht muss ich anfangen, meine Mitbewohner aus dem Block zu töten und zu verspeisen. Mit Grant fange ich an. An dem ist am meisten dran. Harry kommt zuletzt, von dem will ich so schnell nicht wieder etwas in den Mund nehmen. Wie wieder? Hey, jemand macht Alk. Die Menschheit hat definitiv den Höhepunkt der Technik erreicht. Schwarz gebrannt aus dem Alk. Alter lacht mein Herz und freut sich tüchtig. Her damit. Geschmack 0 von 10, Effektivität 10 von 10. Dieses Zeug hat mindestens 120 Volumenprozent. Musste was machen, das mir kein bisschen leid tut, um das Zeug zu kriegen. Und das war es absolut wert. Die Schnapsvorräte gehen zu Neige. Essen ist genug da. Was für eine Enttäuschung. Und ich dachte, ich würde heute Abend eins von Grants Bein in Schnapsmarinade genießen. So ein Jammer. Immerhin bin ich nicht verhungert. Einerseits ist etwas Spannendes passiert, andererseits werden wir vermutlich sterben oder so. Ich bereue nichts. Nicht mal das, was ich getan habe, um den Schwarzgebrannten zu bekommen. Ich habe die letzten Tage darüber nachgedacht. Mir fällt ganz ehrlich nichts ein, was ich bereue. Nicht nur nur mit Harry, nicht, dass ich mich der Musik statt der Physik gewidmet habe. Nichts. All das hat mein Leben zu meinem Leben gemacht. Das Leben geht so oder so weit, davon da ist es wohl am besten mit dem bisschen zufrieden zu sein, das ich erreicht habe. Irgendwann verschlingt dich das Universum, Atom für Atom. Ich bin stolz darauf, wie weit es diese Atome gebracht haben. Von dem ersten Moment, als sie sich zusammengetan haben, um Shelby Isaacson hervorzubringen, bis dahin, wo sie jetzt sind. Ich gehe mal hier runter. Okay, ich gehe nicht runter. Oh, wahrscheinlich ein Seil, das soll ich nicht mehr haben. Familienfotos. Ein weiteres grausames Opfer dieser wirkwürdigen Abschlachtung. Dieses hier hat einen merkwürdigen, sehnsüchtigen Gesichtsausdruck, als ob es von einer Flucht zu den hübschen Landschaften an der Wand träumt. Okay, ich werde mal poolen. Oh, passt. Geht, wird das aber mir oder was? Was ist schlimmer als Hausmeister zu sein? Hausmeister im Weltall zu sein? Diese Scheiße, mit der ich mich hier wortwörtlich rumschlagen muss, ist nichts zu fassen. Und das meine ich so. Mein Job ist es, das Recycling, das Methanausstoß von menschlichen Abfällen zu kontrollieren. Beschissen ist echt eine Untertreibung. Außerdem kann ich meine Kollegen kaum verstehen. Ich glaube, er ist Pol, aber er spricht nur Spanisch. Isabella hat mit mir gesprochen. Ich hoffe, sie will nichts von mir. Da habe ich wirklich keine Lust drauf. Ach, das ist Grant. Okay. Da habe ich wirklich keine Lust drauf, selbst wenn sie ein Mann wäre. Sie ist einfach so schwierig. Ich glaube, dass sie mit Absicht den Anschein erweckt, sie könnte Gefühle für Harry haben, nur damit er dranbleibt. Der arme Kerl ist besessen von ihr. Das ist irgendwie gruselig, aber auch ein klitzekleines bisschen niedlich. Ich glaube, Jupiter ist endlich ausgewachsen. Sie war so ein süßes kleines Kätzchen. Jetzt ist sie groß und hat keine Lust mehr zu kuscheln. Harry ist allergisch. Er denkt, ich habe Jupiter nur in meiner Nähe, um ihm das Leben schwer zu machen. Ist aber wirklich nicht so. Klar ist sie manchmal im Weg, aber sie ist das einzige Lebewesen, das mich wirklich versteht. Ich liebe mein kleines Kätzchen. Großes Kätzchen. Isabella hat Harry heute eine gescheuert. Ich glaube, er hat sie direkt mit einem Kosedamen angesprochen. Ich hätte mich gefreut. Der Armste. Es ist also alles so ereignislos hier. Vielleicht ist das ja sogar gut so. Ich habe versucht, mit Isabella zu sprechen, um herauszufinden, ob sie an Harry interessiert ist. Ich glaube nicht, aber ich will sicher gehen. Dann könnte ich ruhiger schlafen. 64 Tage Urlaub zu gewinnen. Ressort übergreifend? Was für ein blöder Witz. Die Küche, Security und das Wartungsteam dürfen nicht mal mitmachen. Und das, obwohl sie das Schiff am Laufen halten. Ach, Moment. Ich schätze, das ergibt Sinn. Nicht Macht, ne? Diese Pilzscheiße ist überall. Sogar schon in der Methansammelungsanlage. Shelby ist so eine dämliche Kuh. Sie meinte, sie hofft, ich kriege Krebs davon. Aber so könnte ich mit neuen Organen doch mal anfangen. Gesponsert von der Cane Corp, versteht sich. Ich habe zu ihr gesagt, dass es nur ein Organ gibt, das ich wirklich will, aber dass Harry ja zu sehr damit beschäftigt ist, Isabella hinterher zu rennen. Aha, dieses Organ, okay. Daraufhin meinte Shelby, ach, jetzt macht alles auch einen Sinn. Schnapp ihn dir, Mädchen. Aber ich bin kein Mädchen. Ich hätte schlimmer sein können. Ich hoffe nur, sie kann die Klappe halten. Mein Leben geht echt nicht jeden was an. Dieser Champignon-Plan, den die von der Hydrokultur sich ausgedacht haben, funktioniert nicht. Wenn es irgendwas geändert hat, dann ist das Leben in der Anlage jetzt noch etwas anstrengender. Die Leute beschweren sich bei mir über die merkwürdigen Gerüche, die aus der Lüftung kommen. Ich schwöre, das ist nicht die Anlage. Ich rieche das auch. Notration. Ich habe zuerst ein bisschen Essen für Jupiter geklaut. Sie hatte sich ein bisschen komisch benommen. Ich habe heute festgestellt, dass Harry das Essen total niedlich in sich reinstofft. Er schaut sich immer ganz genau an, was er da essen wird, bevor er abbeißt. Und dann stopft er sich so viel in den Mund, wie reinpasst. Ach ja, es sind die kleinen Dinge. An verschiedenen Stellen auf dem Schiff ist der Strom ausgefallen. Hoffentlich ist die Anlage nicht als nächstes dran. Das würde sicher kein gutes Ende nehmen. Ich habe Jupiter seit dem Beben nicht mehr gesehen. Alles, was ich habe, sind Vermutungen. Oh Gott, ich hoffe, sie ist in Sicherheit. Und ich will auch nicht, dass Harry bei der ganzen Geschichte verletzt wird. Er ist so ein kleiner Kerl. Ich laufe die ganze Zeit Isabella hinterher, um in Harrys Nähe zu sein. und dafür zu sorgen, dass er okay ist. Ich weiß nicht mal, was los ist, aber auf einmal spielt das gar keine Rolle mehr, ob jemand etwas für mich empfinden könnte. Die Jungs, die los sind, um an Station B zu arbeiten, sind immer noch nicht zurück. Ich habe versucht, jetzt so viel zu schlafen wie möglich, damit ich fit bin, wenn ihr alles dem Bach runtergeht. Geweint habe ich auch ein bisschen. Zum Teil wegen Jupiter, zum Teil aus Gründen, die ich nicht verstehe. Ich will Harry nicht belasten, indem ich ihm sage, was ich fühle. Ich weiß ja, dass ihn das nur verwirrt und aufregt. Ich habe ja wirklich Hoffnung, dass wir hier alle rauskommen, aber Shelby's Pessimismus ist ansteckend. Ich weiß nicht, ob ich wohl noch mal die Chance bekomme, jemandem mein Herz zu öffnen. Ich kann es nur hoffen, aber Harry kann es einfach nicht. Das eine ist es süß, oder? Auf der anderen Seite ist es todtraurig. Ich habe das Gefühl, es wird immer mehr. Ey, das ist Harry jetzt. Ey, sagst es, es geht dir gut, aber ich werde sie im Auge behalten. Ich hatte einen Albtraum, in dem Belle sich umgebracht hat, also habe ich nach ihr gesehen, nur zur Sicherheit. Ich hoffe, ich habe sie nicht aufgeweckt. Grant hätte ich nicht nach ihr geschaut. Der Wichser weiß nicht, wie man sich um eine Lady kümmert. Eine Lady wie Belle. Ich hoffe wirklich, dass niemand mich dabei erwischt, wie ich diese Kreatur anbaue. Das alles so leer und kalt und Belle scheint den Trost zu brauchen. Mir egal, ob ich erwischt werde, aber wenn sie mich erwischen, wüsste Belle wenigstens, dass ich wirklich alles für sie tue. Belle scheint heute obergefrustet zu sein. Ich frage sie nicht mehr, was los ist, weil sie letztens echt angepisst war, als ich sie gefragt habe. Ich habe das Gefühl, sie wird jedes Mal wütender, wenn ich sie anspreche. Sie ist angepisst und ich kann es einfach nicht ändern. Sie hat heute mit mir gesprochen. Ich bin so froh, dass alles okay ist. Letzte Nacht konnte ich ihretwegen lange nicht schlafen. Wenn sie das wüsste, würde sie sich fühlen, als wäre sie jemand ganz Besonderes. Grant bringt ständig seine gottverdammte Katze mit in den Schlafblock. Ich bin allergisch auf das Vieh und das weiß er ganz genau. Ich sollte einfach nicht jedes Mal von dem Schlafen gehen in einer Ladung Epinephrin brauchen. Er hält sich für einen knallhatten Kerl, nur weil er das Vieh an Bord geschmuggelt hat. Belle findet ihn wahrscheinlich total cool. Warum sieht sie nicht, dass er ein totaler Wichser ist? Ich habe beschlossen, auf der Groom Lake zu bleiben, damit ich in Bales Nähe sein kann. Mir gefällt sie nicht, aber ich liebe sie. Ein Typ aus der Entwicklung meint, dass es einen Pilz auf dem Schiff gibt. Ich frage mich, ob das Zeug giftig ist. Wenn eben so wäre, könnte ich einen Rettungsschuttle kapern und Belle nach Hause fliegen. Dieser Pilz ist überall in der Hydrokultur, aber ich habe eine Idee. Was, wenn wir einen anderen invasiven Pilz züchten, damit er den Außerirdischen ausschaltet? Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass das funktionieren wird. Das war eigentlich ein Witz, aber Belle fand die Idee super, also müssen wir es jetzt machen. Grant folgt Belle mir ständig überall hin. Ich weiß, dass sie glaubt, dass er für ihre Sicherheit sorgen kann, aber ich weiß, dass er das nicht kann. Er ist so eingebildet. Ich glaube, Grants Katze ist während der Beben oder dem Chaos danach gestorben. Was für ein gottverdammtes Glück. Jetzt flinnt der Typ schon fast den ganzen Tag. Vielleicht versteht Belle jetzt, dass er sie nicht beschützen kann. Ich glaube, ich würde für Belle sterben. Es ist inzwischen ziemlich klar, dass hier irgendwas rumrennt und Leute abmucks. Wenn ich es sehe, werde ich dagegen kämpfen. Was immer es ist, das kriegt Belle nur über meine Leiche. Wenn sie stirbt, wird sie wissen, dass ich mein Leben gegeben habe, damit ihr es ein paar Sekunden länger sein kann. Alter. Und wir haben das Vieh schon gesehen. Die Kreuze quer rumstehenden Feldbetten könnten fast das Gefühl von einsamer Ruhe vermitteln, während dadurch menschliche Innereien, die überall im Raum verstreut liegen. So ein Feldbett. Prost. Bei näheren Hinschauen fällt auch, dass das Blut seiner klebrigen Paste geronnen ist und über das, was einem persönliches Stiefsverfahren verschmiert wurde. Atemberaumende Landschaften für Menschen, die sie nun nie wieder sehen werden. Das heißt, wir haben jetzt hier nur Nachrichten bekommen, Infos. Hier waren noch Papiere, okay, unzählige Familienfotos und so. Ich bin ganz auf dem Weg der Kindel. Und hier sind es hier nur noch nach. Und hier sind es hier nur noch nach.